Was ist die Granate dahinter? Äh, bräuchte nicht. Ich weiß nicht, wen man versuchen muss. Man kann schauen, um die Knappe zu erschlagen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, das ist ein Teil, ein Teil. Ich weiß nicht. Und da. Was ist das? Möhm ... Möhm ... Warum die zusammenlappen? Wir haben da mal zu P-P-Kapota LOL Zu P-P-Lagen gehen wir hin zu hauen Ja, geh hoch und krieg immer Hitmarke Oh, das braucht nicht zu viel, Alter Ja, genau, du brauchst mir noch so. Ja, genau, du brauchst mir noch. 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 Ich lege mich kurz hin und wollte mich kurz kratzen, weil es auf einmal ein Problem war. Get hurt, get to cover. You're hurt, get to cover. So, wie ist es so, hast du manchmal 30 Sekunden Zeit in Team mit dem Arriven und manchmal 1 Minute 30 oder so? Jetzt müssen wir ein Heli kommen, warte mal, ich bin so ein Haustammel. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, wow, gottet, gott der eingeflogen. Wow. Wow. Wie viele Hunde kamen da jetzt? Drei Mann? Äh, drei Hunde. Das ist immer richtig fad, ey. Na, da ist ab jetzt ein Heli. Ja, lass dich mal zusammentrongeln. Die sterben eh nicht. Ja, was, aber du komm mal eh, du rekordest ja, ne? Ah ja. Ja, das wird nötig. Ja, ich hab einen besseren Burg. Cool, danke. Ja, jetzt hast du, warte, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, Rimmer. Ja, da trommeln beide zu dir oder so. Der eine ist hier, dann schuhe ich den anderen. Er kommt zur Schu... Er versucht hier nur die Rückzahl. Vielleicht ist er tot? Er rennt den Sicherheit lieber. Mein Gott, ich kann ihn nicht da hinziehen. Wir sind nah beieinander, oder? Hau drauf! Gut. Vor allem... Was? Ja, klar. Gut, da muss er irgendwie nochmal extra hochladen. Als einzelne Kippe oder so. Mega geil. Ja, das... Vor allem, ey, zum Glück... Zum Glück habe ich den noch ein bisschen zu mir gelangt. Ja, das wäre das gar nicht geworden, du. Jo, ich hab' einfach irgendwie gelohnt. Ich hab' gar kein Glück gehabt, ey. Boah, das hat ihn gar nicht richtig getroffen, ey. Ich bin nicht zu. Oh, oh! Er wird ihn jetzt echt mal einkämpfen. Das ist zu krass hier, gerade in der Halle. Da kommen wir von allen Seiten. Ja. Ey, denk mal, wenn jetzt so ein Hedi mit... mit in der Runde kommt, dann versteckst du dich... dich wieder auch mal irgendwo im Haus, gell. Oh, 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 oh! Ja, du musst hier auch keine Braustore oder so. Dann würde ich sagen, stecken wir uns jetzt unten in die U-Bahn rein hier. Ist es da am besten, ja? Na eigentlich schon, kommen wir nur von zwei Seiten. Du hast hier hinten gesürfen und einen kleinen extra-laden. Was doof ist, wenn du... Legen wir es hier, hier so hin. Und wenn das ankommen, dann jagen wir das hier so. Das müssen wir alles erstmal holen nachher. Okay, ich passe hinten, genau. Okay, ich passe hinten, genau. Oh. 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 Oh, Mann. Ach so, scheiter, 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 scheiter. Oh, ich muss hier viel Luft jagen können, aber ich mach's gar nicht machen. Hast du hier Luft? Ja, Attacke. Oh, oh. Ach, ich bin wieder tot, aber so viele verreckt. Ja, ich bin nicht auch da. Nein, verreckt nicht, die verreckt nicht. Die verreckt nicht, die verreckt nicht. Die verreckt nicht, die verreckt nicht. Die verreckt nicht, die verreckt nicht. Ich bin wieder, Mann. Komm hier hoch, komm hier hoch, aaaaaaah. Mann, scheiße. Was hast du noch denn? Okay, komm, wir machen ja gerne. Das machen wir jetzt nochmal. Okay.